Wattenschmarrn, Alter. Wattenschmarrn, wer kommt hier auf so ne Scheiße? Guck mal, sieht das so aus? Sieht besser aus, ne? Glaube ich. Du müsstest da auch Stein rein. Ja, genau so. Doch, ich glaube so geht das. Hallo, hallo Mark, grüß dich. Bin wir gleich wieder im Stream, schauen wir mal schnell den Big Match an. Ach, gut. Hallo, Mark. Steigen. Moin, moin, wie geht's dir alles? Ah, jetzt denke ich bei dir. Ich glaube es könnte doch klappen mit dem Gang weiter links. Das ist relativ großzügig hier. Ja, alles gut, danke. Das freut mich. Hallo, Bennet. Grüß dich. Eins, zwei. Boah. Was ist das von ne Wieso also bei Minecraft? Achso, was für ne Vision, was für ne Dings? Ja, die neueste 1.20.1, Bennet. Zack. Oder? Warte mal. Ja doch. Stimmt, ich habe die nicht über Forge geladen. Okay. Okay. Das ist ja auch kein Lachs. Oh, neun? Neun. 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 Dankeschön für deine Likes. Danke, 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 danke. Ich pflänze dir einfach mal ein paar an, ne? Neun. Machen wir da mal ein bisschen was. Auch von dem anderen brauchen wir wieder was. Bisschen Stein mal rausschmeißen. Ja, wir können hier mal, äh, ihn hier reinschmeißen. Guck mal die zwei Bäume hier. Ah, dass die Settlings immer so lange brauchen. Ah, dass die Settlings immer so lange brauchen. So. Stöcker nehme ich mal mit. Ah, komm, die Settlings auch. Von mir aus. Hier soll es rechts rein. Mal ein paar Treppen machen. Was ist das drauf? 32. 13. Ja. Äh, ja. Ah, der muss weg. Okay, drei kann er nicht hoch. Okay. Okay, wie viel ist er hier? Drei. Einer weg. Einer weg. Einer weg. Hier passt das. Jetzt habe ich vergessen Erde mitzunehmen. Scheiß drauf. So. Oh. Eine Axt. Warte, Moment. Mensch, was ist hier los? Warte, Moment. Warte, Moment. Warte, Moment. Warte, Moment. Warte, Moment. Warte, Moment. Mit Eisen hier. Wie auf dem Server. Ach so. Machen wir noch welche. Ja, wir machen ruhig zwei. Ach, da brauchen wir jetzt acht. Machen wir noch mal eine Lampe genau in der Mitte. Ich glaube, ich muss das hier auch nochmal machen. Kannst du sonst vergessen? Ja, eine tief reicht. Ja, tippitoppi. 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 Hä Was ein Schmarrn, Alter Was ein Schmarrn Wer kommt denn auf so eine Scheiße Halt, warte So, eine Rotz So Und hier rum Hier ist irgendwo ein Schleim Wie sieht es aus, wie sich das anhört Gut Weiß auch nicht, ob zwei zu viel sind Nach draußen, wenn nicht, müssen wir das so korrigieren Ach so Mensch Oh Oh, alle falsch Ähm, so So, so Da müsste eine Treppe rein Ich glaube, das ist zu viel Ich glaube, das ist zu viel Wir müssen hier Weg Der muss hier Stein hin Ja, ja, ja Und da einmal noch Holz Ist vielleicht besser so Stein Und Holz Hier war noch nicht viel Ach Gott Jetzt sind wir mal Erde mit zum Bauen Ich lasse mal ein bisschen was davon hier Ich lasse mal ein bisschen was davon